willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal ja und wir sind heute wieder mal wir sind heute mal wieder an einem anderen spot also in einer anderen stadt live episode 15 waren wir laut lennart also korrigiert mich in den kommentaren mal bitte die lager kriegen auch sehr gut also das fahrwerk okay wir fahren einfach hilfe wie schnell macht der boah ach du scheiße ich bin auch so rumgekommen mensch so neuer spot sind wir jetzt schon länger nicht mehr gefahren vor ohne innen woher Na ja, der hat gar keine Airtime. Kickt der andere auch so? Ah komm, Erkundungstour. Erkundungstour. Hä? Hä, wo musst du da hin? Ach, da rüber. Okay, man muss nach links, nicht nach rechts. Oh, das ist komisch hier. Wo sind die hin? Ach, das ist halt so großartig. Scheiße. Ich seh schon, du magst die Line. Und du bist auch richtig gut auf der Line. Ich war ganz schön weit. Ruf euch mal das Monster an. Ah, ist geisteskrank. So Leute, wir springen jetzt mal die zwei, ich sag jetzt mal Locals. Und die machen den jetzt mal. Wow. Ich mach. Da geh ich ja gleich. Okay. Wow. Magic. Clean. Zieht er ihn durch oder zieht er nicht durch? Oh, der ist schnell, der ist schnell, der ist schnell. Boah, Alter! Ja! Ey, wie manuell willst du fliegen? Boah! Auf den Bildschirm gucken. Guck ich doch. Lass mich. Ja! Ah! Boah! Voll, voll drauf! Einfach mal hinter dir mehr. Los. Zack, der auch pedalieren. Ski. Das ist nur laufend. Boah. Jo! Der ist ja irgendwie übelgeil. Ulter! Ich hab keine Ahnung, was hier lang geht. Ich hab keinen Plan! Wo es lang geht. Jetzt war ich drin. Da ist ein Bödeslinos. Hier geklappt. Nach dem Bödeslinos sind. Das war Glien. Yo, da war Glien. Das hat einen Schlag gegeben. Also, das hat einen Schlag. Und dann so... Oh, fast! Oh! 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 Oh, fast! Oh! Oh, nein! Nicht so viel bremsen! Oh, bin nicht weit! Oh, flat! Oh, scheiße! Ich habe ihn verpasst! Egal! Nichts egal! Fahr mal vorne rum! Da runter? Ja, da runter! Ach, du Eilige! War das geil! Boah, der kickt hinten! Vorsicht, ich bin direkt hinter dir! Boah! Boah! Ich bin fast in einen Baum gefahren! So Leute, das war es jetzt wieder mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glöcke, um weitere meine Videos nicht mehr zu verpassen. Äh... Ja, sonst gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Wir sind einfach dumm. Bis zum nächsten Mal. Tschau!